Einen wunderschönen guten Tag! Exit am Start! Mit dem Lego! Der Lego! Was ist denn hier eigentlich Fakt hier? Was ist denn hier mit ihm hier? Tasse 2? Einer meiner Angehörigen hat sich für den Angriff auf den Amon Hen mein spezielles Uruk-Schwert ausgeliehen. Aber nie zurückgegeben! Naja, er kam auch nicht zurück. Egal, findest für mich! Okay... Hat sich ja voll gelohnt! Äh... Was ist denn jetzt hier eigentlich Fakt? Wo müssen wir jetzt hin hier nach... Ach du Scheiße! Ab nach Isengardus oder was? Papa muss nach Isengard! Papa muss nach Isengard! Das ist doch total bekloppt! Ja, ist das doch! Ja! Bekloppt! Isengard, ich komme! Äh... Galopp, galopp, galopp! Drücke F2 oder einen belieben Kontrollereste! Nein! War mir nicht! Yeah! Ich glaub ich hab ich verfahren! Äh, verritten! Ich habe mich verritten! Da ist doch Isengard hier! Das Türbchen! Das Türbchen! Ja... Was ist das hier? Ey! Pluck nicht! Haha! Ja... Applock nicht! Oh, what?! Ja... So, und das sind wir wieder bei Frodo und den Gollum, den wir lange nicht mehr gesehen haben! Hi Gollum! Wollen wir auch mal unsere Geschichte hier fortsetzen! Wollen wir auch mal unsere Geschichte hier fortsetzen! Die Toten sind wir! Wenn ich das richtig gelesen habe! Oh! Ein Mauer! Ach ja! Er hat uns in einen Zumpf geführt! Ein Zumpf... Ja, ja... Komm her! Wir bringen euch auf sichere Pfaden durch den Nebel! Okay... Kommt Hobbits, kommt! Wir gehen schnell! Ja... Kommt Hobbits, kommt! Wir gehen schnell! Soll ich noch was kaputt machen? Nee... Hier entlang Hobbits! Ja, jetzt bremst er auf einmal oder was? Ah, genau! Es wird brennsam! Hier entlang Hobbits! Sehr gut! Sehr gut! Wir sind mal hier ein bisschen Wasser! Wasser, bitte! Jaaa! Sehr gut! Och Kolum! Blubblubblubblubblubblubblub! Ja! 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 Feuermarin! Feuermarin! Ja Kolum! Stress nicht! Ja! 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 Nein! 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 Och feck die... Von wang an ey! Ist jetzt noch Wasser drin oder? PGD ... Der hat mir das Wasser nicht runtergefallen oder rausgefallen. Oh, den Blauen will ich auch noch haben. Ja, yeah. Hobbitze, eilt euch! Eilt euch! Hobbitze, eilt euch! Hobbitze! Kommt, Hobbitze, kommt! Wir gehen schnell! Eilt euch! Eilt euch! Hobbitze, eilt euch! Nein, 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 nein! Eilt euch, Hobbitze, eilt euch! Ich beeil mich ja schon, ich beeil mich ja schon! Was läuft denn der hier für'n Zickzack-Scheiß? Hätte man bestimmt auch schöner eingekriegt hier und schnellerer und effektiver. Verdammt normal! Jaa, Hobbice, 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 Hobbice! Ah, nein! Eee, du bist da so scheiße! Mann, 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 Mann! Hä?! Das muss mir mal einer erklären hier! Eilt euch, Hobbice, eilt euch! Eilt euch, Hobbice, eilt euch! Eee, eine Frage? Kleiner, dummer Gollum! Eilt euch, Hobbice, eilt euch! Wie komm ich denn an das Wasser dran? Ah! Hier entlang, Hobbice! Kann ich da eben nochmal Wasser haben hier? Ich geh nochmal zurück! Vielleicht auch umsonst, wer weiß! Das ist gut! Aber der Papa braucht Wasser! Aber der Papa braucht Wasser! Aber der Papa braucht Wasser! Jetzt wird das hier alles nisch. gut das ist leer jetzt bräuchte ich echt ein gimme hier oder habe ich da vielleicht noch wasser drin habe ich da noch wasser drin wenn ich da noch wasser drin hätte na gut wir probieren es mal ich meine immerhin sind wir ja hier in den Tümpel mit ausreichend Flüssigkeit was machst du denn ach du bist doch die scheißen sind blöd ja ja aaaah nein 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 eilt euch noch einmal wenn du sagst eilt euch aber der Junge da muss ich ja mal überlegen hier entlang Hobbits hallo ist mir entschuldigung entschuldigung heilt euch Hobbits heilt euch hier kippt kein Wasser kommt Hobbits kommt wir gehen schnell hab ich hier irgendwas verpasst kommt da komm ich nicht rühuuuueueueich Hier entlang Hobbits Okay, du bleibst hier stehen. Und ich hoffe auch für dich, dass du da stehen bleibst. Ich habe hier nicht eben gerade so einen Springbrunnen accoledet. Kommt, Hobbits, kommts. Wir gehen schnell. Eil durch, Hobbits, eil durch. Ist das eine Scheiße. Krasse Kacke. Ich mag aber da stehen bleiben. Auch nicht stehen bleiben. Ja, genau. Komm, Frodo. Ja, Frodo. Ey, Kolumbien, Junge. Elben, 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 du Scheiße. Ach ne. Das nicht. Aber das. Kommt, Hobbits, kommt. Wir gehen schnell. Nicht? Kann ich das nicht hier dran batschen? So geht's auch. Kommt, Hobbits, kommts. Kommt, Hobbits, kommts. Kommt, Hobbits, Hobbits. Wir gehen schnell. Oh, Kolumb, halt doch einfach dein Maul. Hier, entlang, Hobbits. Kommt, Hobbits, kommt. Wir gehen schnell. So, jetzt da rüber. Kommt, Hobbits, kommt. Wir gehen schnell. Oh, hoffentlich haben wir es bald geschafft hier, dieses Sumpfkacke. Kommt, Hobbits, kommt. Wir gehen schnell. Wir gehen schnell. Kommt, Hobbits, kommts. Wir gehen schnell. Sehr gut. Kann man eigentlich diesen Turm hier? Den muss man bestimmt mal klar machen. Oder? Da gibt's AHA! DANCHEN PIO ORGELY 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 Jacken, jurynisch. hey okay die bär verstecken 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 aber nein wir stecken uns jetzt nicht wir machen an der stelle ich bedanke mich fürs zuschauen und ich hoffe es hat euch gefallen in diesem level wird gespeichert wenn du das level verlässt und später zurückkehrst beginnst du von hier ist in Ordnung gut bis zur nächsten folge tschüss